Hallo und herzlich willkommen zu einem PC-Tutorial von golem.de. Mein Kollege Marc Sauter wird euch in diesem Video die wichtigsten BIOS-Einstellungen erklären. Wenn ihr einen vorkonfigurierten PC mit von uns getesteten Komponenten kaufen wollt, klickt einfach auf den Link in der Beschreibung oder besucht uns auf pc.golem.de. Dieser BIOS-Bildschirm ist der erste, der beim Booten zu sehen ist. Wir sehen hier welches Mainboard mit welcher BIOS-Revision. Hier ist es die 3601, die installierte CPU, ein 16-kerniger Ryzen 9 mit 3,4 GHz Basistakt. Und wir sehen die Speicherkapazität, nämlich 32 GB, die allerdings von Haus aus nur mit DDR4-2666 laufen. Die Ryzen-Systeme unterstützen offiziell aber DDR4-3200 und wer möchte, kann auch schnelleren Speicher nutzen. Ebenfalls zu sehen ist unten die Force MP600. Das ist unsere PCI-Express Gen 4 SSD. Und das BIOS weist uns auch darauf hin, dass wir mit einem Druck auf F1 ins Setup kommen. Dort können wir dann unter anderem die Lüftersteuerung beeinflussen und die Speichergeschwindigkeit nach oben setzen. Die meisten Mainboards unterscheiden zwischen einem Easy- und einem Advanced-Modus. Im Falle eines Asus-BIOS lässt sich das Ganze per F7 umschalten oder mit einem Klick unten auf den Easy-Mode erreichen. Das ist deswegen wichtig, weil wir unter anderem hier die Uhrzeit einstellen können. Die befindet sich oben links und 01.01.2017 ist natürlich nicht korrekt. Ebenfalls erreichbar ist hier der Q-Fan-Control. Das ist die Lüftersteuerung. Der CPU-Fan sitzt korrekt auf PWM. Das wird automatisch erkannt. Und wir haben mehrere Möglichkeiten, die Steuerung anzupassen. Eben Standard, das ist eine ausbalancierte Regelung. Wir können sie auf Silent, also besonders leise setzen. Wir können sie auf Turbo setzen. Dann wird die Lüfterdrehzahl aggressiver gesteigert mit höherer CPU-Temperatur. Fullspeed bedeutet 100% und die maximale Drehzahl. Oder eben manuell, indem wir die einzelnen Drehzahlen für bestimmte Temperaturschwellenwerte manuell setzen können. Wir machen jetzt hier mal beispielsweise Silent. Ein weiterer Punkt befindet sich hier. DOCP. Das ist Asus-Bezeichnung für XMP. Und XMP ist Extreme Memory Profile. Damit lässt sich ein entsprechend hinterlegtes Profil im Arbeitsspeicher einstellen, um eben über diese hier oben drüber zu erkennenden DDR4 2666 MHz hinauszukehren. Und wenn wir hier sehen, wenn wir Profile 1 auswählen, dann erhalten wir das, was auch auf den Modulen aufgedruckt ist, nämlich DDR4 3600 mit 16, 18, 18, 36 Latenzen bei 1,35 Volt. Ebenfalls im Easy-Menü zu erreichen ist der Resizable Bar Support. Der lässt sich hier einfach mit einem Klick aktivieren. Dadurch wird die Verbindung zwischen der Grafikkarte und dem Prozessor optimiert. Es können mehr Daten vom Prozessor in den Grafikkartenspeicher geschrieben werden. Dadurch hat die schneller Zugriff. Das beschleunigt gerade in etwas niedrigeren Auflösungen wie 1440p und 1080p die Bildrate je nach Spiel zwischen 5 und 15 Prozent. Rechts im Bild sehen wir die Boot-Priorität. Dort ist bereits der Boot-Manager auf unserer Corsair SSD vorausgewählt. Und um die kompletten Einstellungen nun zu speichern, hat sich etabliert bei allen Herstellern per F10 Speichern. AMD ermöglicht es bei den Ryzen-Prozessoren, diese im sogenannten Echo-Mode zu betreiben. Der Standard bei dem Ryzen 5950X sind 105 Watt, was tatsächlich ein Power-Target von 144 Watt bedeutet. Er lässt sich allerdings auch in den Echo-Mode versetzen. Bei Asus befindet sich das im Advanced-Menü unter Advanced. Und dort ganz unten bei AMD Overclocking, da müssen wir erstmal bestätigen, dass wir uns bewusst sind, dass eine Übertaktung ein Risiko birgt und dabei die CPU theoretisch beschädigt werden kann. Und dann findet sich auch bereits als dritter Punkt der Echo-Mode, den wir einschalten können. Und zwar werden hier 65 Watt angelegt. Die 65 Watt sind genauso wie die 105 Watt, aber nicht die tatsächliche Leistungsaufnahme. Das ist auch hier unten nochmal vermerkt. Das PPT, also die tatsächliche reale Package-Power, wird hier auf 88 Watt statt auf 144 Watt limitiert. Damit einhergeht, dass der Prozessor weniger Abwärme produziert und auch die Taktfrequenzen sinken. Dementsprechend ist auch die Leistung geringer. Die Effizienz des Systems, also die Leistung pro Watt, steigt allerdings an. Während der Echo-Mode den Prozessor insgesamt etwas langsamer und etwas effizienter macht, gibt es auch die Möglichkeit, den Precision Boost Overdrive zu aktivieren. Bei diesem wird die Taktfrequenz über das von AMD gesetzte Limit hinaus gesteigert und damit einhergehend erhöht sich auch die Leistungsaufnahme. Per Auto werden die vom entsprechenden Mainboard vorgegebene Limits angelegt. Dort ist das Power-Target hinterlegt und außerdem die elektrische Kapazität der Spannungswandler. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, das System soll sich innerhalb der von AMD gesetzten Frequenzen noch etwas mehr übertakten mit höherer Leistungsaufnahme und höherer Spannung. Oder wir können tatsächlich in 25 MHz Schritten auch noch sagen, dass wir den maximalen Takt leicht nach oben verschieben wollen. Das ist üblicherweise nur für Last auf einem oder sehr wenigen Kernen möglich, da bei maximalem Takt ohnehin die Leistungsaufnahme limitiert. Eine letzte Option für Leute, die das Ganze im Detail tweaken möchten, ist der sogenannte Curve Optimizer, in dem sich die einzelnen Punkte für Spannung und Takt manuell setzen lassen. Dadurch ist es möglich, die Effizienz bei bestimmten Taktraten noch einmal zu erhöhen oder die absolute Leistung bei gleicher Spannung ein bisschen zu steigern. Wir haben zwar bereits im Easy-Menü eingestellt, mit welchen Profilen die Lüfter laufen sollen. Es gibt allerdings bei vielen Herstellern auch nochmal ein tiefer gehendes Menü. Hier heißt es Cue Fan Configuration, in dem wir das Tuning der Lüfter starten können. Und zwar weiß das System nur bedingt, was die minimale und maximale Drehzahl der verbauten, oder genauer gesagt am Mainboard angeschlossenen Lüfter ist. Mit dem Tuning werden die Lüfter mit maximaler Drehzahl gestartet und dann so weit nach unten skaliert, bis sie kein Drehzahlsignal mehr senden. Und dadurch weiß das System, wie schnell die Lüfter drehen und kann besser Minimal- und Maximalwerte anlegen, was dazu führt, dass das System vor allen Dingen im Leerlauf oder bei niedriger Last leiser läuft, da die Lüfter ihre Drehzahlen weiter nach unten drosseln können. Hier zeigt sich auch, dass der Minimum-Duty-Cycle tatsächlich von den vorher konservativ angelegten 20% auf 14% reduziert wurde. Das bedeutet, 14% Drehzahl ist das neue Minimum und damit einhergehend kann der Lüfter im Leerlauf langsamer und damit leiser drehen. Unter Tool findet sich das im Mainboard integrierte Update-Programm, um das BIOS auf die neueste Version zu aktualisieren. Das funktioniert üblicherweise äußerst einfach. Man wählt links den entsprechenden USB-Stick aus, den man vorher anschließt mit dem darauf gepackten BIOS, wählt das BIOS aus, lässt es einlesen, aufspielen. Das System wird einmal neu gestartet und die neue BIOS-Version mit eventuell neuen Funktionen und Fehlerbehebungen ist installiert. Wer noch auf der Suche nach dem richtigen PC ist, sollte sich unsere golem.de-Angebote ansehen. Vom Einsteigermodell bis zum leistungsstarken Arbeitsrechner haben wir selbst getestete Komponenten zu fairen Preisen zusammengestellt. Klickt einfach auf die Einblendung oder auf den Link in der Beschreibung dieses Videos.